Guten Morgen, Mo. Ja, guten Morgen. 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 Hallo. Hörne Ehe. Hinspringen, das Leben ist schön. Das Leben ist schrecklich. Ja, mit dir schon. Hey, Tag zwei ist angebrochen. Jetzt gibt's Schweinshaxe zum Frühstück. Wir müssen schön die Würste aussutzeln. Oh, die Blu-Wu. Oh, Ihe. Oh. Und, wie schmeckt's? Na, Schwein. So. Oh. Geil. Und, was isst du? Ich will wissen, was du isst. Wie bitte? Robert, darf. Weißkrautsalat. Na komm. Ab ist. Na, los, los, los. So, jetzt geht's wieder zum Oktoberfest. Ein Junge, es ist ganz schön früh, um besoffen zu sein. Mooooooooooo. Mooooooooooo. Ja, loggasch. Mooooooo. Junge, Junge. Ja, das Schwein. Jee. Im Pfadzrikot. Junge, du hast sovällig eine Macke, Alter. Im Pfadzrikot, yes. Sieg mir denn, Alter. Jaaaaaa. Sieg mir einfach mal an, du schwein. Na, Junge. Junge. Alter. Junge. Junge. Wir werden jetzt alle in die Gondel reingehen. Wir passen hier gar nicht alle rein. So, okay. So, okay. Junge. 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 Junge, Junge. Junge. Ich spring hier gleich raus. Schieb mich an. Schieb mich an. Schieb mich an. Schieb mich an. Nee, Junge. Nee, Junge. Nee, Junge. Alles. Ja, guck mal, Schalter, setzt euch damit an. Oh, ja. Ihr nehmt erst mal einen Schluck. Jaaa. Jaaa. Der Tisch ist frei. Jaaa. Der Tisch ist frei. Jaaa. Oh, zapptisch. Vieln Darm. Yes. Zweiter Schritt. Jawoll. Jaaa. Schreck nicht durch Schwein. Jaa. Logisch. Ich nehm mir erst mal einen Schluck der Sauer. Jaaa. Geil. Geil. Jaaa. Wir können hier auf den Tisch gehen. Jaaa. Du nimmst doch erstmal einen Schluck hier. Na los. Na los. Jaaa. Logisch. Jaaa. 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 Das ist doch nicht das Sache, dass wir jetzt getrennt hocken. Wie bitte? Jaaa. Max sitzt da hinten und wir hocken hier. Ei, so langsam beginnt der Wahnsinn, ey. Jaaa. Jaaa. Das denke ich dir nicht sicher. Jaaaa. Jaaa. 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 Jaaaa. Jaaa. Jaaa. Lass dich schmecken Junge. Jaaa. Du Drecksaue. Lass mich meinen Punkt doch, du Drecksau. Ich aue, ich lutsch deine Eiche. Oh Junge! Hey, 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 ho! 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 Hey, wie ging's denn dir eigentlich nach dem Endstream? Nur noch scheiße. Ich bin am Sonntag nur im Bett gelegen, am Montag nur im Bett gelegen. Mir ging's nur noch scheiße. Ich dachte, ich hab Krebs. Felix, wie ging's denn eigentlich nach dem Endstream? Ich hab mich so vergoldet, dass meine Augen gelb waren. Meine Augen waren gelb. Meine Leber hat sich immer ein bisschen raschiert. Ja, doch schweig! Hey, 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 es regnet meine Lücken. Einen Schluck? Ja. Einen großen Schluck. 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 Ja. Und durch. Du Schwanz. Gibst du aus? Was? Gibst du aus? Dieser Mann hier gibt aus! Ja, Junge. Alle bei uns. Jawoll! Jawoll! Nimm mal nur die 7, die bleiben bei mir, ja? Ach so, die sind extra. Ach so, die sind extra. Auf 7 bekommen 11. Oh, Junge, du hast das denn hier? Alter, auch hier bei Bier. Das gibt's noch gar nicht. Die Kasse. Ich sehe schon, die Uni ist. Ich polabiere gleich. Äh. Warte, warte, warte. Was? Ich brauche noch ein Bier. Neues Maß. Wir brauchen neues Maß. Wir brauchen neues Maß. Wir brauchen neues Maß. Wir brauchen neues Maß. Ja, Prost! Ja, Prost! Hey, Junge, Junge. Du kommst auch nach dem Rosenheim, oder? Schlieb mir denn, schlieb ich mal. Junge. Schlieb mich. Ich hab dich letztens bei den Bullen gesehen. Ich hab dich mit Kotze! Ja, und ein bisschen Graz bei dir. Schlieb mich für Schlieberlein. Ei, Junge. Alter. Du warst bei den Bullen, Alter. Junge Felix, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Alter. Du schweinst du schon jetzt auf, oder? Ja, geh mal ein Stück. Ja, ja. Junge. Ey, das ist mein Bestes. Was ist denn hier los? Schau mal her. Ich muss mal winken. Hier, winken. Junge, Junge. Seid ihr noch geil. Junge, Junge. Seid ihr noch geil. ideziert wird, ist auch richtigball. Ich bin jetzt in die Also. ajeet ist das Challenge. Und sie haben es vielleicht in die als塊. Ja, ja, ja. Ja. Ja! Diese Güsten, Müsten. Und sie ent lithium. Junge... Ja! Junge ... Max. Max. Los geht's, Los geht's, Los geht's. Ich hab dich konkretes Verlebt. ich hab dich so lieb mags ich bin felsbesoffen Oh! Hey, Junge! Jawoll! Wie ist denn der Pegel? Wie ist denn der Pegel? Wie ist denn der Pegel? Wie, wie... Wie ist denn der Pegel? Wie ist denn der Pegel? Wie ist denn der Pegel? Schieb mich, du Schweine! Ja, Logisch! Ja, schieb mich, du Schweine! Ja, Logisch! Ja, Logisch! Wie ist denn der Pegel? Wir müssen langsam zum... Wir müssen langsam zum... Wir müssen langsam zum nächsten Feld. Ich mach geht! Ja, Logisch! Was ist das denn Handschuhe? Oh, Junge! Wir müssen zum nächsten Zelt! Voll, voll! Warte mal! Wir haben ja irgendwo... Die warten alle da vorne! Oh, nee! Ich muss pissen wie Sau! Ich auch schon wieder! Drei Maße in einer halben Stunde ungefähr! Nein! Junge, Junge! Das ist so krank! Es ist immer so krank! Schieb mich, du Fieberschweine! Junge! Alter! Wir müssen jetzt auf jeden Fall pissen gehen! Wir müssen jetzt pissen gehen! Wir müssen jetzt pissen gehen! Das sind die Toiletten! 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 Hier sind die Toiletten! Hier sind die Toiletten! Hey, Junge, es geht ein. Felix, es geht ein, es geht einfach weiter. Junge, wo ist ein Junge? Junge, Alter, Junge. Alter, oi, Junge. Hey, Junge. Hey, Junge. Hey, Junge, Junge. Heyo, heyo... Den Cockyto! Heyo, heyo... Den Cockyto! Heyo, heyo... Den Cockyto! Lachs, geht's dir noch gut? Den geht's super! Alles hier. Hey, hey, du wirst's durch! Ohne 11, ohne 11! Scheiße, ich hab nicht das hier durch. Wie kann ich das jetzt für durch? Hier geht's durch! Oh nein! Wie kann ich das jetzt für durch? Oh nein! Aua! Fuck! Aua! Der ist sogar auf die Schuhe getreten! Oh nein! Der beste Deutsch! Der beste Deutsch! Der beste Deutsch! Der beste Deutsch! Keine Platze, oder? Nein, nein! Ich will nur noch was laufen! Ich will nur noch mal lange! Ich will nur noch mal kurz! Ich will nur noch mal kurz. Ich will nur noch mal kurz! Ich will noch mal kurz! Scheiße! Scheiße, 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 Wie komm ich jetzt hier durch? Ich muss hier auch wieder durch. Wir sind hier durch. Wir sind hier durch. Wir sind hier durch. Da. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Scheiße! Ich muss hier durch. 2 Du musst äußern... Du musst äußern... Du musst äußern.... Dig Together inann. Dässexäß äußern. Du musst äußern... Hennessäxäcä Sierra. Du musst äußern... Ich muss auch mehr Deutsch. Ich muss es irgendwie hier durch, ich muss es irgendwie hier durch, ich muss es irgendwie hier durch, ich muss es irgendwie hier durch. Ich habe es geschafft, ich habe es einfach nur geschafft. Aber wo bin ich jetzt? Schon keine Ahnung wo ich bin. Scheiße. Junge Junge, der Max ist da immer besoffen. Oh nein, ich habe da hingekotzt. Fick dich, du Schwanzwirtschaft. Fick dich. Scheiße man, ey, wir müssen jetzt sehen, der Max ist zu besoffen. Ja, schau doch mal. Ey, guck mal deine scheiß Kamerlach, ey, komm mal eins mal. Ey, komm hier doch. Ja. Die, film mir das bitte. Was soll ich ein Film? Das leere ist ein Getränk, ja. Ja. Weil ich besoffen bin, habe ich mir ein Getränk verleert. Dann habe ich gesagt, oh, please, nur Getränk. Zack, neues Getränk. Also, wenn ihr neues trinkt, KFD. Alter, ich bin komplett durch, Alter. Gar nichts können die. Max, du verdammte Fotos, Alter. Geil, danke dir. Aber hier ist dein Pommes. Mischi, du alte Drecksau. So, jetzt gibt es erstmal Nudeln mit Pesto. Das feinste Frühstück nach einem erholsamen Oktoberfestabend. Das ist so ein schöner Tag. Wir sind alle so kaputt. Deswegen gibt es jetzt komische Nudeln mit verdammtem Pesto. Das ist ja 60. Das ist ja 60. Das ist ja 60. Bist du das mit der Meinung? Nein, die Nudeln sind nur verkauft. Wir haben nicht geleistet. Ich koste es selber noch. Es schmeckt auch ganz normal aus. Du hast versucht dir Mühe zu geben. Na ja, heute ist der Tag sehr verregnet. Der Krull hat uns trotzdem besucht. Dieser Mann ist allerdings erkältet. Deswegen würde er nicht mit aufs Oktoberfest gehen. Wir werden heute Abend das Fest noch mal besuchen. Aber wir sind alle völlig im Arsch. Das hat auch wieder für die ganze Festwiesenzeit gereicht gestern. Ja, auf jeden Fall. Es war einfach nur richtig, richtig geil mit euch das Oktoberfest zu besuchen. Es war wirklich ein anderes Level als die letzten zwei Jahre. Es war mir auch eine riesen Ehre, muss ich sagen. Ich glaube, da haben wir so dermaßen eingeheizt. Platzverweise haben wir und Hausverbote. Ich glaube, zweimal Hausverbot, einmal Platzverweis. Genau, also aus zwei Zelten sind wir geflogen. Aus dem Paulaner Zelt. Und aus welchem Zelt noch? Wie ein Geschiss, hat gefickt. Danke, danke, Donuts. Der scheiß Regen, aber na gut, dieser Mann bringt schon mal gute Laune und gute Vorfreude fürs Oktoberfest. Na ja, na ja. Junge, Junge, also im Regen wirkt das Oktoberfest irgendwie anders. Na ja, Alter. Junge, Junge. Ja, dem hat es geschmeckt. Moooo! Miese Sau. Viel Spaß. Junge, Junge, der Platz ist hier mit einem freien Fall. Junge, der Platz ist hier mit einer Sparschmale. Haha! Junge, Junge, unten ist hier mit einer Sparschmale. Hai, Alter. Hei! Dank. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das ist nicht original bayerisch. Guck mal, das schmeckt geil. Es ist so kalt in der Runde und alle Fester. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für ein abschließendes Oktoberfeststatement. Die letzten Oktoberfeste waren geiler. Auf eine Art und Weise. Muss ich dir widersprechen, weil diesmal war die Krullgang am Start und das war einfach nur unübertrefflich. Ich sag es mal so, der gestrige Tag war geil. Ja, der heutige Tag war scheiße, aber der gestrige Tag war einfach nur hammergeil. Also ich fand es wirklich Wahnsinn. Ja das stimmt, aber das Oktoberfest ist ja eigentlich nicht nur einen Tag lang, oder? Ich wollte dir auf jeden Fall nochmal Danke sagen für... Nächstes Jahr wieder. Für die ganze Gastfreundschaft, für die Nahrung, Alter. Für die Obdach. Auf ein jedes, jedes Jahr ein neues. Du bist wirklich ein Schatz. So, der letzte Tag wird noch damit verbracht, indem wir noch gemütlich was fressen gehen. Zum Mittag. Abends zum Fick bist du barfuß unterwegs. Du musst das Koks zensieren im Vlog. Barfuß, ich... Oh ne, Alter! Was ist denn los? Ich hab einen Kapitalen Kratzer. Oh ne. Echt? Ja. Guck mal, die war ja mitgeliefert. Das war wahrscheinlich meine dritte Haxe im selben Restaurant. Also wir gehen jetzt wirklich dreimal im selben Restaurant fressen. Und ich werde da zum dritten Mal meine Haxe fressen. Ey, 16 Uhr, die erste Mahlzeit. Vielen Darm. Die erste Mahlzeit in 16 Uhr und das ist einfach wieder eine verdammte Halbhaxe. Lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken.